Die hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich im Kreis Regensburg. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 62 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 700 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Flächenfraktionen